Was ist die Mediathek? Es geht diesmal um die Mediathek, es geht sehr viel mehr um das Handling, es geht um Bilder. Insofern gibt es eine gewisse Überschneidung mit einem Thema. Aber ansonsten merke ich schon, es ist ein deutlich anderes Thema. Das Ganze hat mich schon sehr lange beschäftigt. Ich habe den Vortrag eigentlich mal halten wollen vor vier Jahren und habe die meistens live schon vorbereitet und habe jetzt echt viel mit gebrauchen können. Das heißt, es hat sich nicht so viel verändert bei der Mediathek in den letzten paar Jahren. Das könnte sich ändern, weil, wie wir wissen, wir sind jetzt in der Phase 3 des Gutenberg-Projekts. Das bedeutet, dass das Backend in dem Sinn optimiert wird. Insofern ist das jetzt die letzte Gelegenheit durch diesen Vortrag überhaupt noch halten kann. Deshalb mache ich das. Die Mediathek, so sieht sie aus, habt ihr bestimmt alle schon gesehen. Wenn ihr irgendwann mal mit WordPress gearbeitet habt, es gibt diese Ansicht, ich nenne sie die Kachel-Ansicht. Und man kann dann hier oben auch umschalten und dann gibt es als zweite Ansicht die Listen-Ansicht. Und jetzt fängt so bereits die erste Inkonsistenz an, würde ich mal sagen. Weil, wenn man jetzt auf ein Bild klickt, dann kommt es darauf an, in welcher Ansicht man war. Weil, wenn man in der Kachel-Ansicht war, dann sieht die Detail-Ansicht eines Bildes so aus. Und wenn man aber in der Listen-Ansicht war, dann sieht sie so aus. Ist jetzt nicht total verschieden. Letztendlich sind das sehr ähnliche Informationen und ähnliche Funktionen auch. Aber es ist nicht genau dasselbe. Und das muss man irgendwie mal verstanden haben. Beginnen wir mal da, wo man eigentlich immer beginnt. Weil am Anfang ist die Metatik leer. Wir laden mal was hoch. Und wie das geht, das wissen wahrscheinlich auch die meisten. Wir haben hier diesen Button neue Medien-Datei hinzufügen. Oder auch hier genau der gleiche Befehle. Und dann klappt das hier auf. Und dann kann man eine Datei auswählen. Und das erste Problem, das man irgendwann mal haben wird, ist dieses hier. Das ist jetzt ganz klein, aber da steht maximale Dateigröse für Upload ist 16 Megabyte. Und die Zahl kann variieren. Das hängt eben von der Einstellung ab, die der Hoster vielleicht gemacht hat. Oder die ihr gemacht habt. Oder was auch immer. Aber das kann ein Problem sein. Das muss kein Problem sein, weil ein gutes Bild für einen Webseiterer ist nicht 16 Megabyte groß. Sondern jetzt vielleicht 100 Kilobyte, 200 Kilobyte, aber sicher Kilobyte und nicht Megabyte. Aber vielleicht hat man mal ein großes Video. Man hat ein fettes PDF oder irgendeine große Datei, die da hoch muss. Und wenn die Standorteinstellung, ich glaube das ist die Standorteinstellung 16 Megabyte. Das kann sein, dass es dann nicht mehr reicht. Was macht man dann? Dann googelt man. Und was man dann häufig findet, das ist so ein bisschen Code oder Konfigurationseinstellung. Und das Zentrale ist dieser Parameter Upload Max File Size. Und den kann man natürlich ändern. Und man kann sagen, okay, ich brauche doppelt so viel. Jetzt sieht man schon, da hast du noch ein paar andere Parameter. Und die kommen nicht von ungefähr, weil die hängen so ein bisschen zusammen. Also was ich recherchiert habe, ich bin kein Programmierer, aber was ich recherchiert habe, ist, dass dieser eine Parameter Memory Limit, der sollte ein bisschen größer sein als Post Max Size. Und das wiederum sollte ein bisschen größer sein als unsere Upload Max File Size. Also das Zeug hängt zusammen, sonst funktioniert es nicht. Was es auch noch ein bisschen kompliziert macht, ist, dass manchmal findet man diese Parameter. Und manchmal findet man diese hier. Und manchmal findet man diese hier. Ist alles irgendwie das Gleiche, aber so ein bisschen anders notiert. Und das hat eben damit zu tun, wo man das hinterlegen muss. Weil das ist die PHP-ini-Datei, das ist die htaccess-Datei und das ist eine Custom Function. Oder wo die Custom Functions zu Hause sind. Und für alle, die jetzt denken, was ist das überhaupt, wovon spricht er jetzt? Es gibt selbstverständlich auch ein Plugin, das macht es dann sehr viel einfacher. Also eben die Cracks, die stellen das irgendwo in diesen Konfigurationen ein. Und wenn man es einfacher haben will, dann haben wir noch ein Plugin mehr, aber das ist auch eine Lösung. Und was ich auch herausgefunden habe, es funktioniert je nachdem, welchen Hoster das ihr habt. Funktioniert das oder vielleicht nicht? Also das ist so eine der Herausforderungen, würde ich sagen, im Zusammenhang mit WordPress oder mit der Mediathek. Das zweite Problem, das man irgendwann haben wird, ist, dass man so eine Fehlermeldung bekommt. Sie sind leider nicht berechtigt, diesen Datei-Clip hochzuladen. Und im konkreten Fall ist es ein SHG, was ein ganz tolles Format ist. Und darüber werde ich auch irgendwann mal einen Vortrag machen, weil man kann so viel machen damit. Aber WordPress blockt das. Und WordPress blockt das, weil ein SHG kann unter Umständen auch Code enthalten, den man ausführen kann. Also da können quasi Viren drinstecken. Was macht man da? Zuerst mal konsultiert man die Liste der erwarten Dateitypen. Das ist eine offizielle Liste, die kann man hier unten nachschauen. Und da sind gewisse Bilddateitypen erlaubt, gewisse Dokumenttypen, Audio und Video. Was ich dann gemerkt habe und deshalb ist das hier rot. Es gibt dann auch gewisse Dateitypen, die sind gar nicht auf der Liste und trotzdem kann man sie hochladen. Zum Beispiel das WebP-Format, das sehr wichtig ist. Davon sprechen wir nachher noch. Oder das, ich weiß noch nicht, Hake oder so. Das ist so eine, ich glaube eine Apple-Sache. Also das iPhone fotografiert oder speichert die Fotos original in einem Hake-Format. Es macht eigentlich keinen Sinn, das hochzuladen in WordPress, weil eine Website kann das nicht darstellen. Aber vielleicht gibt es mal einen Grund, dass man das möchte. Aber man kann es. So und jetzt, wie machen wir das möglich, dass man SVG hochladen kann? Entweder auch mit ein bisschen Code, das man in der Functions.php platziert. Oder es gibt Plugins, die machen das sehr gut, zuverlässig. Die sind auch sehr gut. Ich glaube, das ist eine relativ einfache Methode, das zu lösen. Und was man auch noch sieht, und ich will deshalb so nicht vertiefen. Hier sagt man eben SVG soll erlaubt sein. Das kann man grundsätzlich natürlich auch mit anderen Dateitücken machen, wenn man jetzt irgendwie das Bedürfnis mal haben sollte. Gut, jetzt haben wir also mal was hochgeladen. Jetzt gehen wir mal mit einem FTP-Client auf den Server und schauen mal, wie sieht das überhaupt aus auf diesem Server. Und was man dann finden wird, ist eine Verzeichnisstruktur, die sieht irgendwie so aus. Also es gibt auf der untersten Ebene dieses WP-Content. Da ist alles drin, was nicht in dem Sinn zum WordPress-Core gehört, sondern da sind unsere Plugins drin und unsere Themes und eben auch der Ordner Uploads. Da ist alles drin, was wir uploaden. Und der ist normalerweise so strukturiert, also der ist nach Jahren und dann nach Monaten gegliedert. Und das kommt halt nachher, das WordPress war mal ein Blogsystem. Und da, ein Blog ist ja quasi ein Tagebuch, da spielt also das Datum, das Uploaddatum eine wichtige Rolle. Deshalb hat man das so gemacht. Ich finde es eigentlich eher mühsam, weil wenn ich dann mal auf den Server gehe und ich suche ein ganz bestimmtes File, dann muss ich in jeden Monat reingehen, wenn ich nie weiß, wann ich es hochgeladen habe. Und das ist so, ja, es ist auch so eine Altlast, würde ich sagen. Kann man aber noch nicht deaktivieren und anschließen. Ja, ja. Das stimmt. Ja, da bin ich hinaus. Bei den Einstellungen im Bereich Medien gibt es einen Haken und den kann man rausnehmen. Das mache ich standardmäßig. Bilder kann man selber kreieren, fotografieren, designen, gestalten, illustrieren, wie auch immer. Man kann sie aber auch von anderswo beschaffen. Und Wordpress hat so, oder die Mediathek hat so ein paar kleine Mechanismen, wie man das einfacher machen kann. Zum einen, jetzt sind wir auf einer Seite oder einem Beitrag und wenn wir jetzt hier ein Bild einfügen, dann gibt es die Möglichkeit, das Bild hochzuladen. Dann habe ich gesehen, ich kann in die Mediathek gehen und ein Bild nehmen, das ich schon habe. Oder ich kann es von einer URL einfügen. Wenn jetzt also irgendwo in der Wikipedia zum Beispiel, habe ich ein Bild gesehen, das möchte ich verwenden, dann muss ich das nicht zuerst runterladen aus der Wikipedia und dann wieder hochladen auf meine Website, sondern ich kann einfach die URL hier einfügen und dann wird das eingefügt. Es einfach wichtig zu verstehen ist, in diesem Moment ist das Bild zwar auf meiner Website dargestellt, aber es ist nicht gespeichert auf meiner Website. Das heißt, wenn jetzt auf der Wikipedia das Ding verschoben, unbelahmt gelöscht wird, dann habe ich hier ein Loch. Und deshalb ist es ganz wichtig, es gibt hier einen Button bei all diesen Bildern, die eben von extern eingebettet sind, gibt es diesen Button und der heißt externes Bild hochladen. Einmal klicken, dann wird das im Hintergrund in meine Mediathek verschoben und dann quasi, dann habe ich es bei mir gespeichert, lokal. Das empfiehlt sich unbedingt. Eine weitere Möglichkeit, Bilder zu bekommen, das ist das relativ neue Fotoverzeichnis von WordPress auf WordPress.org. Das ist meines Wissens nicht irgendwie direkt angebunden an WordPress, aber man kann da hingehen, kann sich ein Foto suchen und das runterladen und dann wieder hochladen. Und das sind doch immerhin 15.000 frei benutzbare Bilder. Die sind nicht alle ganz toll, muss ich sagen. Es ist nicht irgendwie ein iStock-Foto für Arme oder so, sondern es hat eine sehr unterschiedliche Qualität, aber es sind frei nutzbare Bilder, man kann sie auch für kommerzielle Zwecke nutzen, was vielleicht noch wichtig ist und sicher ein guter Starting Point. Und dann gibt es noch etwas Drittes, das ist wieder integriert in WordPress bis zu einem gewissen Grad, das ist Openverse. Und Openverse ist eigentlich eine Suchmaschine für frei verfügbare Bilder und das WordPress-Projekt hat diese Suchmaschine, ich glaube das war früher die Creative Commons Suche, irgend sowas. Die haben das übernommen und insofern integriert, dass wenn ich jetzt eben nicht, also ich bin auf einer Seite, möchte ein Bild einfügen, aber ich gehe dann nicht auf Blöcke und sage, ich will einen Bildblock, sondern ich gehe auf Medien und dann gibt es diesen Eintag Openverse und dann bin ich quasi direkt mit dieser Suchmaschine verbunden. Und dann kann ich hier sagen, ich suche Steam Locomotive und dann kommen diese Treffer und wenn mir eins gefällt, ich klicke es an und es wird direkt in die Seite eingefügt, sehr praktisch. Und auch das müssten eigentlich frei nutzbare Bilder sein, aber vielleicht muss man da im Einzelfall dann nochmal ein bisschen genauer schauen. Bildgrößen, das ist ein tolles Thema. Nein, es ist ein langweiliges Thema, aber es ist ein wichtiges Thema. Wenn wir mal auf die Detailansicht gehen eines Bildes in der Mediathek, dann haben wir oben ein paar Informationen und unter anderem da relativ klein die Abmessungen, also breite mal Höhe in Pixel. Und das ist in diesem Fall 2078 mal 2560. Die zweite Zahl können wir uns mal merken, die brauchen wir dann noch. Und wenn ich jetzt aber wieder mit meinem FTP-Programm auf den Server schaue und schaue, was liegt da eigentlich rum, wenn ich ein Bild hochgeladen habe, dann bin ich wahrscheinlich überrascht, weil unter Umständen sieht das so aus. Also hochgeladen habe ich nur das Erste, das Gelbe und alle anderen hat WordPress automatisch generiert. In dem Moment, wo ich das hochlage. Deshalb dauert es manchmal ein bisschen länger bei WordPress, wenn man ein Bild hochlädt, weil man im Hintergrund das macht. Und jetzt, was ist das? Vielleicht mal das Erste, das Scalend. Das gibt es nicht immer, das gibt es immer dann, wenn wir ein Bild hochladen, das eigentlich eine zu große Auflösung hat. Was zu groß ist, das können wir nachher noch besprechen, aber das ist immer ein Zeichen, wenn ihr das seht, dann habt ihr wahrscheinlich ein bisschen übertrieben. Und dann gibt es ganz viele andere Größen. Das kann variieren, das sind nicht immer dieselben. Das kommt sehr darauf an, wie euer WordPress aufgesetzt ist, welches Team, das ihr benutzt und so weiter. Aber da werden noch weitere Größen gerechnet. Das sind also Größen, das sind immer kleinere Größen. Also insofern ist das ein schwieriges Wort. Also WordPress rechnet die Bilder auf verschiedene kleinere Formate herunter. Gut, schauen wir das mal ein bisschen genauer an, woher kommt das? Wie kann man das einstellen? Brauchen wir das überhaupt? Das ist vielleicht noch ein wichtiger Punkt, oder? Muss ich überlegen, jedes Mal, wenn ich ein Bild hochlade. Erstens, es braucht mehr Zeit, es braucht mehr Rechenleistung, weil er muss es immer generieren. Und zum Zweiten, das belegt einen Speicherplatz. Das liegt auf meinem Server und das wird bei jedem Backup, das ich mache. Wir machen auch Backups, oder? Machen wir das? Wäre auch mal ein Thema. Ihr habt das mit in das Backup eingenommen. Und unter Umständen kann das Backup riesig werden, weil wir hier ganz viele Größen jeweils rechnen und eigentlich brauchen wir es gar nicht. Zum einen, ich habe gesagt, wenn wir ein Bild zu groß hochladen, dann wird es runtergerechnet auf Scaled. Und das ist eine Einstellung, der heißt Big Image Size Threshold. Und der ist eben eingestellt auf diese 2560 Pixel, wie wir vorher gesehen haben. Also diese Einstellung sorgt dafür, dass ein Bild, das wir hochladen, immer so runtergerechnet wird, dass es nicht höher und nicht breiter ist als diese 2560 Pixel. Das kann man, wenn man das möchte, kann man das ändern. Ich kommentiere das jetzt nicht im Detail, wenn man das macht. Aber grundsätzlich, man könnte das ändern, aber ich glaube, es gibt eigentlich keinen Grund, das zu ändern. Weil 2500 Pixel, das ist schon recht viel, oder? Das brauchen wir ganz hinten. Dann gibt es in den Einstellungen unter Medien, gibt es diese Einstellungenmöglichkeiten für Bildgrößen. Und zwar sind das die Vorschaubilder, die Thumbnails, wie wir häufig sagen. Dann gibt es ein mittelgroßes Format und ein großes Format. Und technisch, die haben so eine interne technische Bezeichnung, ist das Thumbnail, Medium und Large. Und das kann man da einstellen. Da denkt man ja, super, eigentlich ganz einfach. Es ist kompliziert, weil erstens schon mal, es gibt noch ein weiteres Format, das steckt da dazwischen. Das ist Medium, Large und das kann man hier nicht einstellen. Keine Ahnung warum, man kann es nicht einstellen, aber es wird jedes Mal erzeugt. Dann, was man vielleicht gerne wüsste, aber meistens nicht weiß, ist, wenn ich das Format nicht haben möchte. Zum Beispiel Groß, weil ich sage, ich brauche das nicht. Wie kann ich das wegmachen? Hier sehe ich nicht, dass ich es wegmachen kann, aber wenn man weiß, dass man es einfach auf Null setzen muss, und dann jetzt nicht mehr gerechnet, dann hat man wieder was gelernt. Wem das alles so... Nein, ich muss noch etwas anderes sagen. Was passiert, wenn wir jetzt... Wir haben viele Bilder hochgeladen, im Hintergrund wurden diese verschiedenen Varianten gerechnet, und jetzt ändere ich diese Einstellung. Was passiert dann? Genau, nur die Neuen haben dann die entsprechenden neuen Formate. Was mache ich dann? Da gibt es ein Plugin. Das heißt Regenerate Fund Nails, und das geht quasi nicht durch alles durch und rechnet alles nochmal neu, mit den aktuellen Einstellungen. Sehr ein populäres Plugin, das man nur empfehlen kann. Wenn ich jetzt aber noch weitere Wegrößen möchte, warum auch immer, ich will das nicht vertiefen, aber vielleicht sage ich doch, vier Größen sind mir nicht genug. Vielleicht noch eine ganz bestimmte, die vielleicht ein bestimmtes Seitenformat hat und irgend sowas. Dann kann ich das auch machen. Es gibt auch Teams und Plugins, die das machen. Also ein Team bringt häufig gewisse Formate mit. Das bekomme ich bereits gar nicht mit. Das ist einfach quasi vom Programmierer so vorgesehen. Ich kann mir auch Plugins installieren, die mir dabei helfen, solche neuen Bildgrößen zu registrieren. Oder ich kann das auch selber registrieren. Zum Beispiel mit diesem bisschen Code. Und wer wieder sagt, was soll der Code? Ich verstehe das nicht, ich will das nicht benutzen. Es gibt auch Plugins. Das ist jetzt nur eines. Das ist sehr, ich sage mal sehr schlank, sehr rudimentär. Aber es macht genau den Job, den wir wollen. Man kann neue Formate anlegen. Man sieht auch welche, dass es überhaupt gibt, insgesamt. Man kann die Fund Neues neu oder einfach alle Formate neu generieren. Man kann sie auch unterschieden. Dann noch ein ganz wichtiger Punkt. Wenn wir jetzt hier wieder ein Bild in eine Seite einfügen. Dann gibt es hier rechts etwas ganz Wichtiges. Nämlich hier kann ich dann oder muss ich auch genau diese Bildgröße wieder richtig auswenden. Und das sehe ich ganz häufig, dass das nicht gemacht wird. Dass man irgendwie nicht versteht, dass man hier eine Option hat. Die Frage ist natürlich auch, welche Größe nehme ich jetzt dann? Und ich persönlich muss sagen, ich nehme eigentlich immer die vollständige Größe. Das ist die, die ich hochgeladen habe. Weil ich gebe immer Mühe, das Zeug so vorzubereiten, dass es optimal von der Auflösung ist und optimal komponiert. Das ist eigentlich quasi mein bestes Bild. Es ist sehr effizient, es hat eine gute Qualität und die anderen, die brauche ich gar nicht. Weil unter Umständen sind die sogar, obwohl sie kleiner sind, haben sie eine größere Dateigröße. Weil Worklist das vielleicht nicht so effizient gerechnet hat. Und warum soll ich ein kleineres Bild nehmen? Weil wir haben ja responsive Webdesign. Das heißt, wenn ein Bild zu groß ist, die Website sorgt dafür, dass sich das verkleinert. Verkleinern geht immer. Vergrössern geht nicht. Und insofern, ich nehme doch lieber meine größte Größe, die ich hochgeladen habe. Und die anderen, die brauche ich eigentlich nicht. Gut. Dateiformat. Das ist relativ einfach. Ich habe hier das Dateiformat 1x1 aufgezeichnet. Wir beginnen mal in der Mitte. Das ist gut. Das ist Standard. Das heißt, wenn ihr Fotos habt, dann nehmt ihr JPEGs. Wenn ihr Grafiken habt, eben ein Logo, irgendwelche Sachen. Sehr flächige Sachen. Dann nehme ich hier ein PNG. Und wer sagt, ich will es gar nicht so genau wissen, der kann das so machen. Und das kommt gut. Was extrem schlecht ist, das ist das hier, wenn man es umgekehrt macht. Weil ein Foto als PNG hat eine sehr gute Qualität. Und ist riesig groß. Unbedingt nicht zu empfehlen. Und bei Grafiken, die JPEGs, die können relativ schnell verwaschen werden. Und sind auch nicht sehr effizient. Auf der anderen Seite, wenn man es perfekt machen möchte, dann kann man für Fotos das WP-Format nehmen. Davon sprechen wir gleich noch. Und für Grafiken, wenn man es dann hat, dieses WP-Format, das ist ein SVG. Wie gesagt, das gibt dann mal eine separate Veranstaltung. JPEGs. Eigentlich ein tolles Format. Weil JPEGs kann recht gut komprimieren, sehr kleine Dateien machen. Und trotzdem ist die Qualität noch okay. JPEG betäuscht so ein bisschen unser Auge. Nehmt gewisse Daten raus, die für uns nicht so wichtig sind. Und darum ist das Ganze sehr effizient. Wenn man ein JPEG speichert und man hat ein vernünftiges Grafikprogramm, wie den Photoshop zum Beispiel, dann kann man einstellen. Das ist ein sogenannten Qualitätsfaktor zwischen Low und 100% stufenlos. Das beeinflusst zwei Sachen parallel natürlich. Also wenn ich eine bessere Qualität will, dann habe ich eine gewisse Partei und umgekehrt. Und dieser Zusammenhang ist nicht ganz linear. Also ich habe mal versucht, das jetzt nicht wissenschaftlich, ich habe versucht das aufzuzeigen. Also das heißt, man kann, wenn ich zum Beispiel nur 80%, also wenn ich immerhin nur 80%, Dateiqualität, Bildqualität möchte, bin ich vielleicht bei 60% der Dateigröße. Also ich kann da schon recht komprimieren von der Dateigröße her und habe immer noch eine sehr gute Qualität. Und irgendwann lässt dieser Effekt dann nach und das muss man ein bisschen ausprobieren. Also nicht jedes Bild ist gleich, nicht jedes Bild lässt sich gleich gut komprimieren mit JPEG. Das muss man so ein bisschen ausprobieren. Wordpress, wir haben ja gesehen, das rechnet verschiedene Formate von unseren Bildern. Das heißt, Wordpress muss irgendwie auch JPEG komprimieren können. Aber Wordpress macht das sehr simpel. Es sagt 82%, das ist meine Einstellung fix für jedes Bild. Und das ist relativ hoch. Es gibt relativ große Dateien. Und wenn man sagt, ich brauche es eigentlich nicht immer perfekt, ich möchte lieber eine schnelle Website haben, dann kann man das anpassen. Gibt es auch wieder so eine Filtreinstellung, die man sich hier im Detail anschauen kann. Oder es gibt selbstverständlich auch hier, es gibt massig Plugins, die Bilder irgendwie komprimieren oder umwandeln und so weiter. Da kann man sich was suchen. Ich habe jetzt da nichts zu Hause gesucht. Gut, und wie ist es mit WebP? Oder vielleicht zuerst mal, was ist denn WebP überhaupt? Das ist so ein relativ neues Format. Ganz neu ist es auch nicht mehr. Und man sagt so als Faustregel, es ist 30% effizienter als JPEG. 30%, das könnte sich lohnen. Kann man es benutzen auf einer Wordpress Website? Kommt darauf an. Je nachdem lautet die Antwort Ja, Jein oder Nein. Was man machen kann, man kann ein Bild, wenn man es schon hat im WebP-Format, man kann es hochladen und einfügen. Kein Problem, kann man seit Wordpress 5.8. Was man nicht direkt kann, ist konvertieren. Also ich lade ein JPEG hoch und möchte dann WebP haben. Das kann ich nicht direkt mit Wordpress machen. Aber mit Plugins kann ich es machen. Und zwar mit solchen Plugins. Was ich nicht machen kann oder was momentan nicht vorgesehen ist, das ist WebP by default. Das ist ein Schlagwort, das wir schon sehr lange eigentlich hören, wird immer wieder diskutiert. Das würde bedeuten, dass jedes Mal, wenn ich ein JPEG hochlade, wird es automatisch und zwingend konvertiert. Das hat man zweimal, wollte man das einführen und hat es dann wieder fallen gelassen. Aus verschiedenen Gründen, unter anderem weil man gesagt hat, wenn man das jetzt macht, dann wird auf der ganzen Welt der Speicherbedarf in den Himmel schießen. Weil ganz viele Bilder werden immer noch zusätzlich umgerechnet und die Hoster dieser Welt werden verzweifeln. Nächstes Thema, Metadaten. Das sind diese hier. Habt ihr sicher auch schon gesehen, wenn ihr mal gearbeitet habt mit der Mediatek. Es gibt im Prinzip vier und eines davon ist besonders wichtig. Das sind nämlich diese Alternativtexte. Das hier. Das wird gebraucht. Zum einen Google Schalter rauf. Also für die Suchmaschinenoptimierung würde ich sagen, ist es wichtig, oder? Ja. Ich würde es mir widersprechen, wenn es nicht so wäre. Und zum anderen aber auch für Accessibility, also für Personen, die sehbehindert sind, die sich die Webseiten vorlesen lassen. Denen wird vorgelesen aus diesem Alttext heraus, was das Bild zeigen würde, wenn sie es sehen könnten. Die anderen Sachen sind so mittelwichtig. Also ich würde sagen, der Titel ist insofern noch wichtig, weil der hilft uns die Bilder wieder zu finden in der Mediathek. Das ist quasi die Beschriftung des Bildes in der Mediathek. Und die anderen Sachen sind sinnmäßig wichtig. Die Anhangseite, davon spreche ich noch. Das ist so ein komisches Relikt, das auch in Zukunft seine Bedeutung verlieren wird. Also wo findet man das? Diese Metataten, die kann man hier pflegen, in der Detailansicht. In der anderen Detailansicht gibt es hier den Titel, die heißen hier unten, aber ist eigentlich genau das Gleiche. Und auch jedes Mal, wenn wir ein Bild in eine Seite einfügen, haben wir auch wieder die Gelegenheit, diese Metataten zu pflegen. Das heißt, jedes Mal, wenn ich dasselbe Bild wieder irgendwo einfüge, kann ich diese Angaben verändern. Also jedes Mal, wenn ich dasselbe Bild einfüge, kann ich unterschiedliche Austexte nehmen, wenn ich das denn möchte. Macht vielleicht nicht immer Sinn, aber grundsätzlich kann ich das. Die Anhangseiten, von denen ich gerade gesprochen habe, was ist das? So sehen sie ungefähr aus. Also da ist relativ wenig dran. Wir haben einen Titel, dann natürlich das Bild. Jedes Bild hat seine Anhangseite. Dann hat es hier die Beschreibung und vor allem ein fettes Kommentar. Also, das ist der Inhalt, habe ich jetzt gerade erklärt. Dann, wo findet man sie? Die URL, die setzt sich zusammen aus zum einen der Domain, der Website. Und dann ist es einfach der Dateiname des Bildes, aber ohne die Endung, also ohne JPEG oder PNG oder was auch immer. Und das kann man entweder einfach so eintippen oder man kann über die Mediathek gehen, in der Detailansicht hat es dann einen Link. Und dann kann man diese Anhangseite dieses Bildes aufrufen. Was ist der Zweck? Schwer zu erklären. Also es gibt gewisse Fälle, wo das, glaube ich, noch einen Sinn machen kann. Aber in der Regel macht es keinen Sinn. Und ich denke, es gibt ganz viele Websites auf dieser Welt, die haben Anhangseiten, sind ja ganz viele, für jedes Bild eine. Und die Leute wissen gar nicht, dass sie das haben. Und das ist eigentlich eher ein Nachteil, weil das Kommentarfeld, das ist super für alle Spammer. Die können da reinschreiben. Und wenn Google diese Seiten findet, dann sagt Google, da hat es fast keinen Inhalt. Das Ding-Content, das ist auch nicht unbedingt optimal, oder? Also insofern, diese anderen Seiten, die wollen wir in der Regel gar nicht. Und deshalb sehr gute Entscheidung seit WordPress 6.4, also der aktuellen Version. Wenn man das neu installiert, dann ist es nicht mehr aktiviert. Aber eben, wenn ihr eine alte Website habt und ihr habt sie aktualisiert auf 6.4, dann ist es noch vorhanden. Das kann man aber einstellen mit Einstellungen oder mit Plugins oder mit diesem speziellen Plugin, das eigentlich nur das macht. Also SEO-Plugins können das auch, glaube ich. Aber eben, es gibt hier eins, das macht nur das. Und dann sind sie weg. Bild organisieren, umbenennen, ersetzen und löschen. Das ist alles ein bisschen Bildmanagement. Und da muss ich sagen, da habe ich die meisten Schmerzen immer, weil ganz viele Sachen nicht gehen, die ich gerne machen würde. Und aber es gibt für fast alles eine Lösung. Wenn man mal schaut auf der Detailseite, was kann man da überhaupt machen? Also eben, man kann die Metadaten pflegen, das haben wir schon gesehen. Aber sonst, ich kann was, die Datei herunterladen, super. Ich kann das Fotoengel löschen, auch eine tolle Geschichte. Aber das wäre es dann schon Bild bearbeiten, das schauen wir später noch an. Aber ansonsten, man kann da nicht viel machen. Ich kann keine Dateinamen umbenennen. Ich kann zum Beispiel keine Kategorien vergeben. Warum eigentlich nicht? Bei allen Seiten, bei allen Posts kann ich Kategorien vergeben und Schlagwörter vergeben. Aber hier kann ich es nicht. Sehr ehrlich. Also eben auch das standardmäßig nicht möglich. Es gibt aber selbstverständlich Plugins, die das machen, die zum Beispiel eben Kategorien einführen für Medienobjekte. Und was ich persönlich benutze, was ich sehr schätze, das ist Happy Files. Da hat man dann so eine Ordnungsstruktur, wenn man das kennt, vom Mac, vom PC. Man kann die Bilder schön einsortieren und findet sie dann in der Regel auch sehr schnell. Das ist kostenpflichtig, im Gegensatz zu den meisten Plugins, die ich gezeigt habe. Aber man ist nicht wahnsinnig teuer. Bilder umbenennen, das ist auch sowas. Und das macht man ja vielleicht mal, weil man hat irgendwie gemerkt, dass das Prinzip, wie man Bilder benannt hat, ist nicht so optimal. Oder man hat einfach mal Bilder aus der Kamera hochgeladen, da haben sie nur eine Nummer. Und man möchte das quasi mit einem sprechenden Dateinamen versehen. Auch für SEO ist das ein wichtiges Thema. Aber standardmässig ist das mit WordPress nicht möglich. Allerdings, there is a plugin for that. Nächster Punkt. Bilder global ersetzen. Was ich damit meine ist, ich habe ein Bild in der Mediathek und ich habe es schon ein paar Mal benutzt auf meiner Website. Aber jetzt merke ich, es ist nicht optimal und ich möchte es mit einer überarbeiteten Version oder auch einem anderen Bild ersetzen. Und zwar möchte ich nicht an jeder einzelnen Stelle meiner Website das Bild austauschen müssen, sondern ich möchte einfach das Bild in der Mediathek ersetzen. Standardmäßig nicht möglich, aber es gibt ein Plugin. Und das heisst so. Was natürlich geht, als Randbemerkung, ein einzelnes Foto, wenn ich es mal eingebaut habe, ersetzen. Das geht gut, oder? Da hat es einen Button, der heisst sogar ersetzen. Aber das meine ich nicht, sondern ich meine global ersetzen. Auf der ganzen Webseite wird das dann geändert. Was man vielleicht auch mal möchte, unbenutzte Bilder finden, heisst, wenn ich merke, ich habe wahnsinnig viele Bilder, aber einige behaupte ich gar nicht, wie kann ich die finden und dann wahrscheinlich löschen. Standardmäßig nicht möglich, aber es gibt ein Plugin, das das macht. Wobei da würde ich jetzt sagen, macht unbedingt ein Backup vorher. Ich bin nicht ganz sicher, ob dann diese Erkennung von, ob ein Bild tatsächlich benutzt wird, ob die immer ganz zuverlässig ist. Man könnte ja meinen, wenn man in dieser Wissenansicht ist von der Mediathek, da hat sie eine Spalte hochgeladen zu. Und da steht jetzt nicht verknüpft. Ah super, kann ich löschen, oder? Weit gefehlt. Das hat überhaupt nichts damit zu tun. Also nicht verknüpft bedeutet nicht, nicht benutzt. Das bedeutet nur, dass wir dieses Bild direkt in die Mediathek geladen haben und nicht bei der Bearbeitung eines einzelnen Artitels. Ich weiss nicht genau, warum es das überhaupt braucht. Ich finde das sehr verwirrend, aber eben das heisst nicht, dass das Bild nicht benutzt wurde. Duplikat befinden genau die gleiche Geschichte, standardmäßig nicht vorhanden. Es gibt ein Plugin, aber macht einen Wecker. Ja, zum Schluss Bilder bearbeiten, also quasi Photoshop, aber auch im WordPress. Jetzt denkt ihr, das geht sicher auch nicht. Ein bisschen geht es. Zum einen, man kann, wenn man ein Bild einbaut, und das ist nicht nur eine Bildbearbeitung, sondern ein Filter, man kann so einen Duotone-Filter anwenden. Ich weiss auch nicht, die WordPress-Welt, die spielt irgendwie auf Duotone. Die spielt das wahnsinnig toll. Ja, man kann es mal machen. Das geht relativ einfach. Ich kann auch ein Bild einsetzen und dann im Toolbar gibt es die Möglichkeit, eine Farbeabstufe auszuwählen. Das ist quasi wie Schwarz-Weiss. Einfach nicht von Schwarz bis Weiss, sondern von einer Farbe bis Schwarz. Und zum zweiten, es ist nicht dramatisch umfangreich, aber immerhin, man kann wirklich die Bilder bearbeiten, man kann sie zuschneiden. Also wenn irgendwie der Auschnitt zu groß ist, kann ich hier etwas abschneiden. Ich kann sie skalieren, nicht für Größen, aber für Kleiner. Und ich kann sie drehen. Das ist dann das Menü. Mehr ist da nicht, aber ich muss sagen, für eine kleine Korrektur ist das schon ganz anständig. Und das war's. Vielen Dank. Vielen Dank. Applaus 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 Applaus